Ich hab schon brutal... Ich hab schon brutal... Ah! 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 Tryhard plus! Was geht Youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Scorpionplace. Leute, heute gibt es ein richtig richtig geiles Live Commentary mit dem lustigsten Tod aller Zeiten, mit einem richtig geilen Gameplay zum Schluss, alles perfekt. Nächste Woche ist übrigens die Black Ops 3 Special Woche, also nächste Woche kommt jeden Tag ein Black Ops 3 Video, Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Viel Spaß beim Video. Let's go! Ich muss noch einen Scorpion Account nehmen. Die habe ich leider 0-0-1 AKD. Oben, oben, oben ist der Typ. Man, Digga, er ballert so hart. Rein in die Scheiße da. Uh, Nickelback wieder. Verpiss dich. Wie hoch ich geflogen bin. Digga, du musst eigentlich immer nur hoch springen. Wenn du angeschossen wirst, spring hoch. Wenn du nicht angeschossen wirst, spring hoch. Digga, ich bin 4 vor der Drohne. In TDM ist das leider nicht ganz so schnell möglich wie... Den müsste ich jetzt eigentlich kriegen. Oh, ich hab so veraimt, Digga. Ich hab irgendwo gehört. Ich hab so veraimt, Digga. Ok, erstmal entspannt jetzt. Ja. Du hast recht, die kommen gar nicht damit klar, wenn man hochfastet. Ok, komm. 2 Kills zur Drohne. Ok, ich gehe jetzt einfach auf den ganz äußeren Weg. Ich bin auch auf Weg zur Drohne. Was ist der Typ? Der war doch hier irgendwo. Oh mein Gott. Drohne hab ich. Nice. Ok. Ich bin auch auf dem Weg zur Drohne. Wie er auf mich erwartet, was ist das? Was ist das? Hier fliegt so ne komische Streak rum. Digga, was ist das für ein Ding? Ich hab mich da auch voll erschrocken, Digga. Es war wie so ein Dragonfire. Nur bis dahin. Richtig eklig. Ok, jetzt hab ich den in das System-Hack auch reingeballert. Digga, was liegst du da oben rum, Digga? Was ist denn das für ne freche Position? Schau mal. Hast du den? Nein, immer noch nicht. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich die Drohne auch. Ok, nice. Ich hab gefertfingert. Gut, dass ich nicht gestorben bin. Nein! Ich bin gestorben, aber... Weil ich nicht nach rechts geguckt hab, Digga. Das war so schlecht. Ich will diese scheiß Vorräte gar nicht. Warte mal, ich mach jetzt meine DNA fresh. Jo, und... Let's go. Ich bin hier alles spawned, dann wird's schwierig. Hast du ne Drohne? Ja, ich hau's raus. Ja, ich hau's raus. Hier, hier, hier. Unsere Drohne ist online. Ok. Ich bin hier alles spawned, dann wird's schwierig. Links hier unten auch. Ok, ich hab die Skrupe los. Ich muss eigentlich entspannt bleiben. Nein, das hätte meiner sein müssen. Oh, das ist ein Geschütz, Digga. Warte mal, ich mach das kaputt, Marcel. Pass auf. Hier, das Geschütz ist kaputt. Ja, mach das mal kaputt. Sag, wenn's kaputt ist. Dieses Scheiße nervt mich, ey. Kaputt, kaputt. Sauber, danke. Ok, ich bin jetzt... Warte mal, ich bin voll weit weg von der nächsten Drohne. Ich hätte dann... Das ist halt scheiße daran, wenn man System hacken möchte. Ich hab die, ich hab Drohne, ich hab Drohne. Ok, nice, nice, nice. Brauchst du gleich raus? Noch nicht, ich warte noch kurz. Alter, man sieht die Gegner halt so krass. Nein! 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 Mann! Ich hab dir 1 Sekunde nachgeholt, Digga. Ey, kacke. Na egal, scheiß drauf. Ich meine, die DNA brauch ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Wär schon cool gewesen. Lass, Digga. Ja, aber der eine Typ tryhardt ja auch Nickelback, das ist so ein kleiner Wichser, man. Ok, ok, Nicole Potter. Nicole hat mich einfach outgunned. Guck euch das an, Leute. Sind jetzt alle raus, sowas? Oder wo sind die? Ja, wir haben noch 4 Gegner. Mann, der Typ bleibt doch mal stehen hier. Ja. Ich bin noch auf einen kleinen Streak. Wer gönnt sich das hier gegen uns zu spielen? Bist du eigentlich AFK, oder? Ach, jetzt vor allem AFK, aber eben noch diese 100er Prezi gegen mich ausfallen. Ah, es sind noch ein paar richtig schöne Noobs reingeschaltet. Guck mal. Echt? Guck mal, wie die heißen. Oh Gott. Philipp Zocker. Wahrscheinlich wird Philipp Zocker mir jetzt gleich die 100er Prezi geben. Was machen wir mit Drohne? Digga, ich weiß nicht, was das hier... Ah, ich hab mal. Diese Dragonfire hier, Digga. Nervt mich nicht. Boah, ich mach aber schon... Also mein gameplay ist richtig anseelig, Digga. Soll ich auch keinen Kill zu machen? Ich weiß nicht, ob ich das schaff. Warte mal. Mach mal ganz kurz keinen Kill. Ja. Du müsstest es eigentlich schaffen. Aber wir sind die einzigen, die Kills machen. Ach was, ey. Ich werde doch eh sterben, ja. Okay. Das war's komplett. Boah, Nickelwecker aus. Deswegen muss ich schon auch ein bisschen ernst nehmen. Ja, ja, klar. Aber was ich gerade Nickelwecker gemacht habe, das war sowas von das Gegenteil von ernst nehmen. Digga, guck mal was ich für ein Aim habe, Leute. Was ist das? Ich besorg's den schon hier. Mit Gleitmittel. Was ist das für ein Nachladebug? Na komm. Hier kommen bei mir zwei. Oh! Nice Digga, das ist natürlich beide weggesmackt. Jetzt habe ich auch eine Drohne noch am Start. Komm, was sei, wäre die beste Drohne, der Plätze Krieg gemacht. Okay. Digga, was hier manchmal rumfliegt. Ich check das nicht. Hauptsache mich hat auch einer, der einzige mit Geist hat mich geholt, natürlich. Ja, da ist er wieder. Nickelweck Digga, du bist so ein Unterwegser, Mann. Und der eine schießt immer sowas komisches ab, wenn er spawnt. Den hole ich mir jetzt hier raus. Okay. Ich ziehe den Kills noch. Ich werde jetzt versuchen, das heftigste Formel-Aim auszupacken. So extra nach rechts schauen, dann nach links überziehen. Okay, warte, gleich kommt's doch an. Okay. Okay. Jetzt eigentlich. Ein Kill noch. Warte, das wäre mir nicht gut genug gewesen. Nein Digga, das wäre auch nicht gut genug gewesen. Okay. Nein, ich habe es nicht geschafft Digga. Oder, habe ich ihn bekommen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Wenn ja, dann wäre es die lustigste Kick in meiner Seite. Ja Digga! Nice Formel-Kick haben Digga. Digga. Digga, wo? Er war nicht mal da Digga. Bro, hier ist nicht gecheckt Digga. Weißt du, mein Problem ist, ich gucke gar nicht so viel nach oben links, wo man eigentlich hingucken sollte mit einer Drohne. Sondern, ich gucke übelst viel so, ähm, nur auf diese, also durch die Wände halt. Mhm. Man muss doch mal eine Mischung halt finden. Er macht sich unsichtbar und spielt mit Schild, Anton. Ich habe so eine Kombination noch nie gesehen, Alter. Der auch nicht. Der Schild ist natürlich auch unsichtbar geworden, klar. Warte, ich bin wieder hinter ihm Digga. Der hinten, was macht der da hinten schon wieder? Junge, ähm. Ich habe jetzt... Du mal sterben. Ich bin auch wieder kurz vor Brunnen. Ja, ich habe rausgehauen gerade. Einer schild hier unten. Ja, und jetzt... Wie kommt das jetzt wieder zustande, dass der jetzt hier auf einmal herkommt? Mein Gott. Er wird mich jetzt holen, Anton. Ich schwörs dir. Ich habe vier Schüsse, ich habe vier Schüsse. Ah, hab ihn geholt. Okay. Der Schildtyp, der Schildtyp. Digga, das Spiel ist wie Fortnite. High Ground macht hier den kompletten Unterschied. Digga, das war das schlimmste Gunfight meines Lebens. Genauso stelle ich es mir vor gegen Formeln im Gunfight. Junge, 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 Alter. SFK auf einmal macht er erst... Nein, natürlich werde ich vom High Ground geholt, Digga. Hau mal Drohne raus, hau Drohne raus. Hab ich, hab ich. Gott, Digga, lass mich jetzt. Puh, 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 puh. Ich kann es noch schaffen. Du kannst es auch noch schaffen, glaube ich. Ne, ne, ich bin gestorben. Lass mich mal kurz Kills machen, okay? Die sind alle hier in den Spawn? Warte, den Spawn hole ich gerade, den Spawn hole ich gerade. Auf einmal, er ist abkommen, auf einmal, er wacht er zum Leben, Anton. Ja, Bro, bei mir warst du auch so. Ich hab's rupellos. Digga, what the fuck war das? Wollt ihr schon moin? Ja. Ja, ich, ich den anderen Spawn entfällt. Und dir? Aber eigentlich muss ich ja alles in den Spawn. Ich lass dir alles in den Spawn. Oder soll ich den jetzt in den Ohren, der dann gespawnt ist? Ja. Bei mir sind es zwei Leute gespawnt. Musst du halt schnell über. Okay. Ne, ich lass dich hier, Marcel. Okay. Der eine Bip. Eines AFK, aber schießt auf mich trotzdem. Weiß gar nicht, wie das wirklich ist. Er steht immer nur hinten rum und schießt auf mich. Ja, ich weiß, Digga. Die haben wahrscheinlich einfach nur den rechten Stickarm. Ja, jetzt musst du mir sie lassen, jetzt musst du mir lassen, Anton. Ja, ich lass dir alles. Weil ich bin jetzt auch als erstes da von den Teammates. Renn, renn, renn. Ja, ich renne, ich renne. Ich bin gleich da. Ja, ich renne, ich renne, ich bin gleich da. Ich renne, renne, renne. Ich hole nur den hier. Oder haben die Team jetzt ihn? Ja, der haben ihn. Warte. Das ist ja alles, Snake. Der eine war mit dem Schild. Das war das wieder komplett. Ich hole ihn jetzt. Ich hab rechts von dir. Immer wechselt der Waffe. Ja, da hinten ist er. Pass auf, der ist nicht ganz. Okay, okay. Oh, hast du ihn eliminiert. Das sieht geil aus. Okay, was? Noch gebe ich schon? Ja, warte. Muss ich ja jetzt eigentlich sonst. Dann war's das komplett. Warte. Den krieg ich. Ist noch einer. Einer ist hier hinten. Afghans. Ich hab brutal schon. Ich hab schon brutal. Du glaubst es nicht. Anton, nein. Anton, nein, nein, nein. Anton, nein, 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 nein. Anton, nein, nein. So hätte mich höchstens noch Formel besiegt in der Situation. Das glaubst du nicht, Anton. Du bist ein Lachmischendes Lebenskrieg. Ich lade dir das gleich hoch. Du willst ein Lachmischendes Lebenskrieg, Anton. Das war so geil, Digga. Das war 100 PCOS. Aber du glaubst nicht, du glaubst nicht, wie er sie mir gegeben hat, Anton. Oh mein Gott. Boah, Digga. Der Typ hat mich zweimal geholt. Dieser Remi-Chan-Bro, Digga. Der hat mich zweimal geholt. Digga, das ist unglaublich. Digga. Ich dachte, ich mach den 99. Ich wusste, dass es die letzte ist, oder? Alright, Ladies und Gentlemen. Here we go. Zola, live DNA-Board incoming. Ja, Digga. Aber eigentlich war es geiler, als die DNA zu schaffen gerade. Du wirst dich richtig freuen, wenn du das siehst, Anton. Also, ich glaube, dass ich kurz vorher noch nie auf diese Art und Weise geholt wurde. Klar, hin und wieder hat man mal so ein Aim-Fail oder so. Aber vor allem, ich hatte ihn schon fast tot vorher, ohne es zu wissen. Weil die so gelineupt waren, weißt du. Aber hat er sich nicht nehmen lassen mit... Level 1 hat mich fast geholt. In seinem ersten... Seine erste Situation war das gerade im COD. Digga, macht der Ends ernst, Ammerndorfer? Der Level 1er. Bestimmt doch. Ist doch fast gestorben. Digga, Anton, ich hab noch nie so wenig Kills gemacht. Ja. Ja, ich hab da auch. Ich hab ziemlich schlag gehabt, Digga. Mal ein Lob, Digga. Ich camp kurz mal rein. Ich hab jetzt heute drüber. Ja. Ist ja nice, wenn du die starten könntest. Mit Schild. Ich bin Level 1er. Das Gute ist, unsere Teammates campen so rum, Anton. Die machen eigentlich nichts. Ich bin Level 1er, Digga. Er frostet um sein Leben in die Höhe. Mein Gott. Ja? Nein, Digga. Die haben sich so gelinert. Oh, ich bin jetzt in einem Gunfight noch, Digga. Das war der einfachste 3-Piece der Welt, wenn ich den Kill jetzt hole. Digga, ich hab ja nicht nur zweimal mein Leben aus Migration. Schau mal, wie die Gegner stehen, Digga. Hat den Schuss geholt. Okay, ich bin jetzt auch kurz... Ich würd's so glücklich machen. Guck mal, wie der Score war, wie die Gegner stehen. Ah, sehr schön. 0-3, 0-6, 0-7. Aber ich glaub, die haben auch nur gegen uns, die Gunfights bis jetzt. Digga, Ammerndorfer, wir... Oh, ich hab fast einen Torn kastiert. Ey, Digga, du wirst da auch lachen, Digga. Das werd ich dir auch rausrendern. Oh mein Gott, du wirst es so genießen, die beiden Szenen. Anton liebt es nämlich, wenn ich choke, Leute. Und das wird er richtig genießen. Was heißt lieben? Man freut sich halt so ins... Was ist denn passiert? Oh Mann, Ammerndorfer, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Oh. War das Level 1er? Ja, ja, das war sein erster Kill in COD. Ne, sein zweiter. Wo ist der Typ jetzt? Und auf jeden Fall in sein eigenes... Oh mein Gott, ich hab so ein A mittlerweile. Oh, du hast mich gesagt, Digga, ich hab mich falsch gemacht. Der eine ist zwei Jahre alt oder sowas. Bin ich falsch. Warte. Alter, aber jetzt sind die Gunfights schon ein bisschen intensiver geworden. Na, du hast gleich Dinge, du kannst die... Ich probier's. Oh, ich hab's. Goku COD heißt ja und kassiert so heftig. Oder Goku RD. Auch einer hier oben... Oh, hat er... Hat er den geholt? Ich hab ihn geholt. Was ist das? Ich safe Anton, glaub ich, jetzt schon die ganze Zeit. What the fuck? Einmal kommt der hier so... Jetzt ist einer mit chill. Habe ich... Nein, einer mit... Er hat den Fast Quicksal gegeben. Wenn du den erhst, dann chill kurz, dann mach ich meine auf. What the fuck, man. Weißt du, ich will 3 kills, aber wir machen das noch. Hey, wo ist der Typ? Wurde Luft dran. Ich hab's mal in Level 1 da reingedrungen. Okay. Dann fangen sie das Zittern schon an. Digga, what the fuck. Typ ist so weak. Nickelback wird sterben. Tja. Okay, Bro. Muss ich sie jetzt eigentlich vielleicht haben. Außer ich gefährde jetzt absolut die Prezel. Ja, ich hab sie Marcel. So, aber okay, dann chill kurz, ja? Ja. Na, Drohne werden sich nicht fangen. Warte. Ah, hier, hier, hier. Ich hab die Drohne. Achso, okay. Ich krieg mich jetzt hier hin. Ich hab noch ein System hier. Ja, haut ihn ruhig auf. Welches Street bist du? Ah, du bist 23, 1. Ja, ich bin auch immer gut im Street, aber jetzt nicht so 20. Die Gegend stehen 0, 2, 0, 4, 0, 0, 1, 18. Er hat... Ja, ich hab's Gruppe los. Er hat mich was geholt. Ich hab meine Drohne, ne? Ja. Mach bitte keine Kills, ne? Ja, ich lieg hier auf dem Brat, Bro. Okay, jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's richtig gut. Jetzt läuft's richtig gut. Jetzt machen wir dann eins aus. Hör auf, Digga. Hör auf, Digga, warte, 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 warte. Digga, warte. Das ist die schlechteste Gegend, die ich je die Ehre hatte. Geht's weder? Ich bin 1 vor, glaub ich. Hast du sie? Ja, also ich hab... warte, ne, noch hab ich sie nicht. Sag gescheit, dann hauen wir hintereinander raus. Okay, okay. Warte, warte, warte noch kurz. Ich bin noch nicht safe. Vielleicht gibt der mir jetzt einen Turn an, warte. Digga, was macht der? Hab sie, okay. Hau du zuerst raus. Okay, Leute. Da haben wir's doch noch geschafft, irgendwie. Digga. Bei mir wird's vielleicht sogar noch das höchste, flauteste der Welt. Hau raus. Hau raus. Wir haben sogar die 80 Kill Challenge geschafft. Ja, live, stimmt. Also, Leute. Dafür wird's ja 100.000 Like. Hahaha. Oh, Digga. Oh, Mann, Digga. Ja, Leute. Ich würd sagen, das war doch ein geliegener Abschluss. Ja, wir haben tatsächlich die 80 Kill Challenge geschafft. Also, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Checkt anderes Video ab und ciao, ciao. Tschüss.